Dass jedes Team von mir einen Vorteil bekommt. So, jetzt zeige ich es euch da unten. Nein, verpiss dich. Heyo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer Runde Bad Wars. Ich habe mich gerade schon erkenntlich gezeigt und ich habe allen geschrieben, dass sie in der Base bleiben sollen. Und das machen ja auch gerade schon einige. Und ich habe ihnen geschrieben, dass jedes Team von mir einen Vorteil bekommt. So, Team Grün ist schon alleine. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt folgendes. Ein Team, zum Beispiel das Team hier, bekommt eine Diamantenrüstung. Das Team bekommt eine Diamantenrüstung. So, jeder bekommt hier einen Diamantenbrustpanzer, ein Diamantenschwert und einen Bogen. Ne, einen Bogen nicht, einen Bogen nicht. Und eine Eisenrüstung. Jedes Team bekommt hier seine Vorteile. Hier ist ein Bogen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht schon zu schwach. Ne, und nochmal ein Eisenbrustpanzer, jeder. Schieb, so. Hier hast du ein Stack von. Okay, habe ich geschrieben. Die Spiele sind eröffnet. Jedes Team hat einen Vorteil. Viel Spaß und Erfolg. Also, falls ihr das nochmal... Und es funktioniert sofort. Das finde ich ja Hammer. Hier haben wir natürlich jetzt meinen Teampartner. Das Spiel gerade alleine. Genauso wie der von Team Grün, weil es sein Teampartner fehlt. Und die anderen Teams. Ich glaube wirklich, Team Rot ist gerade mit der Dierrüstung am stärksten equipped. Auf jeden Fall... Oh, meiner hat aber direkt Gold bekommen. Sehr cool. Es ist jetzt das Ding. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, vielleicht genau das gleiche, dann schreibt da mit in die Kommentare, welches Team für einen Vorteil von mir erhalten soll. Zum Beispiel, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Was soll ich denn geben? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Die Möglichkeiten sind da. Der ist schon gleich raus. Der ist schon gleich raus. Oh, oh, oh. Ich könnte natürlich jetzt auch... Ah, Team Grün hat kein Bett mehr. Er war auch alleine. Er war auch alleine. Schade. Ja, ich glaube, Team Grün hatte ja die Eisenrüstung und noch irgendwas von mir bekommen. Jetzt schauen wir mal hier bei Team Blau. Team Blau ist ja... War Team Blau... Ich glaube, Team Blau war das Team mit den Bögen. Und den 64 Pfeilen. Also, da müssen sie gar nicht erst in die Mitte um groß... Genau! Schau dir das an. Ah, er hat sich hier eingebaut. Oh, jo, 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 jo. Oh, die Diamanten... Okay, die Diamantenrüstung ist schon stark, muss man sagen. Ähm, Schiebe. Jetzt müssen wir noch mal ein paar Schafe da in die Mitte hauen. Kommt. Also, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Gönnt euch. Ich glaube, jetzt gerade... Ah, okay. Die sind schon wieder da oben. Sie sind schon wieder... Oh, ich hab... Eigentlich Hilfe mitbekommen. Hirte. Mein Teampartner muss das reißen. Da unten ist er. Er hat wahrscheinlich gar keine Vorteile jetzt großartig mehr. Ich würde sagen, wir können ja über jede Insel... noch mal eine Truhe stellen, wo man sich hinbauen kann. So, und in jede Truhe packe ich dann noch mal ein paar schöne Sachen rein. Vielleicht bei allen das Gleiche. Ein Diamantenbrustpanse, ein Diamantenschwert. Und noch mal 64 Schafs-Spawn-Eier. So, jetzt gehen wir mal zu Team Rot. Lebt ja auch nur noch einer. Nein, das Bett meines Teams wurde gerade zerstört. Nein! Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Jedes Team hat eine Truhe mit Items von mir über deren Fahnen erhalten. Einmal... Ich muss mal kurz gucken. Bei Rot, da war noch keiner dran. Ah, schaut mal, da war schon jemand dran bei Grün. Bei Blau auch. Und mein Teampartner. Was macht er gerade? Er ist eben... Er ist tot! Nein! So, also es sieht ja gerade ganz danach aus, als ob Blau das Ganze hier gerade rumreißen wird. Und gewinnt. Oh, da hat sich... Ah, das ist auch Blau. Okay, Blau hat sich zu Blau geportet. Und dann geht es ja gerade nur noch um Rot. Oh, 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 aber Rot hat Full-Dier... Rot hat einfach eine Full-Dier-Rüstung. Was geht da ab? Was geht hier ab? Und den Bogen! Alter! Hat den Blau nicht am Anfang die Full-Dier-Rüstung von mir? Oh, Rot räumt hier auf! Ich fass es nicht. Hey! Kämpfen! So, ich flute nochmal eben hier ein wenig die Mittel. Zack, zack, zack. Ja, das musst du sein. Das musst du sein. Genau so, damit da jetzt niemand mehr sich das Gold irgendwie holt und das hier Ewigkeiten dauert. Nee, nee, das gibt es bei mir nicht. Bei mir muss man oben über die Wege gehen, damit es mal ein wenig spannender wird. Und das machen gerade auch schon einige. So, er lebt gefährlich gerade. Er lebt gefährlich. Zack, zack, zack. Jetzt hat er Angst, glaube ich. An seiner Stelle würde ich weitermachen. Oh, oh. Zack, zack. Er hat Druck. Da fällt er runter. Da fällt er runter. Tipp, tipp, tipp. Oh, die Lama kommt. Oh, was passiert denn da vorne gerade? Ach, er hat die Schafe gezündet. Gommemots. Trolololololol. Schreibt er da. Hier kommt es jetzt wieder zum Kampf. Oh, er wird runtergeschossen. Oh, weia. Oh, weia. Und er sichert sich gar nicht ab. Ob er wohl Spinnenweben dabei hat? Ach, du. Hier ist überall Lava und er wird voll gut getroffen. Ui, 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 ui. Ja. Er ist gestorben. Und jetzt nutzt Rot natürlich direkt die Chance, um über die Lava bitte zur anderen Seite zu blau zu kommen. Ach, du Jemini. Zack, 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 zack. Er muss sich beeilen. Sonst fällt er runter. Ach, guckt euch das mal an. Wir löschen das da unten mal wieder. Hier oben ein bisschen Wasser hinmachen. Zack. Die bekommen mich niemals. Nimm das und nimm das und nimm das. Oh, Jemini. Komm her, komm her, komm her, du. Wow. So. Und. Oh, was macht er da? Was macht er da? So, zack. Nimm das. Nimm das. Oh, nimm die Schafe. Nimm die Schafe. Nimm die Schafe. Ganz viele. Ja, ganz viele. Ja, ganz viele Schafe. Nimm so viele Schafe, wie du kannst. Wow. Wow. Wo kommen die Schafe her? Oh, nee, stell weg hier. Stell weg. Oh, weia. Oh, weia. Oh, weia. Oh, jetzt ist er. Oh, meine Insel. Meine schöne Insel. Ich geh rüber jetzt schnell. Und lauf weg, weg, weg. Hier. Stell weg. Der kann mich mal. Der kann mich mal. Die beiden. So, jetzt zeige ich es euch da unten. Nein. Verpiss dich. Ich komm hoch. Ich komm hoch zu dir. Verpiss dich. Au. Lass das. Au. Au. Tschüss. Was machst du denn? Ich häng ab. Weg mit dir. Lass das mal den Papa machen. Nein. Blau hat gewonnen. Kann man soweit sagen. Ich, tja, mein Bett ist weg. Ich würde sagen, weil sie die Gewinner sind, ich schmeiße mich aus der Welt. War eine lustige Runde. Freunde, wenn ihr mehr davon haben wollt, lasst eine Bewertung da. Und schreibt dann auch direkt in die Kommentare, was die Teams denn für einen Vorteil von mir erhalten sollen. Hier geht auch ein wenig die Party ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschö mit Ö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017